und jetzt kommt so zu lesen geben und er hat es damit damit finden durch vorgefallen hat getätet weil ich dann lassen um um da wird also wieder der 2 das muss aber nicht sehen die Waffe das ist weg st r r r r auch nicht auren ich habe irgendwas nicht aktiviert kurz weg ach ja, ich hab ja... Enchant wird jetzt oder nicht nicht holz auch nicht noch weg noch becker noch mal was ein noch er ist war er als das war erst die Reichen das war irgendwann auf dem Helm gegen Wasser zwei Lombard zwei Lombard und das jetzt und da wird jeder Steil um einen ja das habe ich dann habe ich eine enchantete, habe ich enchantete Sachen mach der nur um enchantete Sachen zu haben, der Buch ich will Worpel haben so kann ich nicht auf den Worpel haben dann machen wir mal 10 aber Knockback, ne? 1 hat 6 was? ja, Knockback, was? geht nicht wir haben ein Knockback Buch oder was? ja wo? in meinem Inventar 5.000 Kuchen oh 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 sorry, war noch Cheat Mode ich habe noch etwas getestet, sorry Alter, weißt du was? Alter, wie geil was? ich habe hier gerade 3 Bücher gewonnen zweimal Rückschuss natürlich aber weißt du was das geile ist, was ich gewonnen habe was? ein Plünderung 3 Buch geil das wird jetzt mal auf meinen übergeiles Schwert dann habe ich Rückschuss 2, Worpel 3, Schärfe 4 und Plünderung 3 es kostet nur 19 Level und ich habe 16 deswegen werde ich mir etwas eisen nehmen und es schmelzen 2, 3, 4 so 交uggling im trichter und reihe ich nur als bretter und wörter blut holztür er sei zu erworben holztür schild ab und wenn ich schiebt umschiedscht steht entsteht es sogar diese animation mit zwecks über die Kraft geil und Fackel und Eppizino Crossbow fragt mich wieso, aber ich habe hier einen Crossbow nach Waffen? Stimmt, die können wir auch mal machen Crossbow zum Beispiel, diesen Crossbow hab ich mal von gehört Der hab ich mir gerade gemacht David Ich hab irgendwas falsch geschrieben heißt der bei mir anders äh ist der bei mir auf Deutsch mal setzt Bogen Hä? Bow, B-O-W oder was? What the fuck? Warte, wie heißt der? Wie heißt der? Crossbow C-R-O-S-S-B-O-W Bei mir gibt's der nicht Vielleicht hast du noch irgendwas ausgesucht Dann könntest du... Nö, ich hab nicht ausgesucht bei mir... warte, bei mir sind 41 Seiten, wenn ich nix eingeben habe Bei dir? 40? What the fuck? Ich hab 34. Ach, ich hab auch was ausgewählt Äh, trotzdem 34 Nö, ich hab bei mir alles ausgewählt Nö, ich hab bei mir alles ausgewählt Mich auch Hä? Muss man mir irgendwie anders heißen Wegen Deutsch und so Ah wie? Ist der Crossbow auf Deutsch? Ach so, klar doch Warte Natürlich, Abendbrust Hahahaha Oh, Momo Oh, Momo Guck mal, guck mal, guck mal bitte in ME klappen Warte, ich muss kurz 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 das Eisen rausholen Komm mal bitte mit, ich möchte mit dir was testen Warte, ganz kurz Ich muss nur eins der Eisen rausholen Okay Bitte Brinderung 3 Ultraschwert Das einzigste, was mir wirklich was bringt, ist die Schärfe, aber egal So, jetzt muss ich kurz gucken Rückstoß Was, warum kann ich da nicht... Warum kann ich da keinen Rückschluss drauf machen aufs Megatool Warte, warum kann ich da keinen Rückschluss drauf machen aufs Megatool Warte, warum kann ich da keinen Rückschluss drauf machen aufs Megatool Weil du nur eine Verzaugung drauf machen kannst Ohhhh Okay, was, wohin soll ich kommen? Geh mal zu dem Schild von Area 51 Okay, warte Aber kann man eigentlich auch Rückschluss 3 haben? Äh, glaub schon, ja Warte, welches Schild bei Area 51? Das Schild, wo Area 51 für die Karte steht Ach da Kein Schild Oh Oh Komm mit Oha Alter, du fliegst gar nicht weg Komm mit Mann Weeeee Das ist jetzt die Test Area, ne? Okay Bereit? Okay Woah What? Du hast aber nicht mit der Ambrust geschossen, du hast dieses Ding geworfen, ne? Nein, ich hab mit der Ambrust geschossen Ja, genau, ich hab einfach gesehen, wie du gewechselt hast TNT Wie ist der nochmal? Wie ist der nochmal? So, wie was Kraft mit TNT? Das 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 hat TNT? Das mit TNT? Wie kraftet man die? Dynamiter Ja, kraftet man die nicht mit TNT? Nein, man kraftet die mit 2 Gunpowder und 1 String So, wie kraftet man die denn? Mit Zweck an TNT und 1 String Ich find's auch kein Schaden Ich find's auch kein Schaden Äh, falsches Tool Guck mal, so geht's auch Aber ich hab ne Höhle gefunden weiter auf die schaden zum schaden da hat er mich auch ein paar hat den mann streck gemacht also wir kommen da raus wo den jetzt 32 3 älter mit das machen so 2 Prozent die 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 ja was ist eigentlich mit dem Haus in der Hau... und unserem Massenraum... Anfang faust. Was soll damit sein? Was machst du damit? Das behalte ich erst mal. Jetzt bleibt weiterhin meins. Okay. Ich kann mittlerweile meinen Filettoner machen hier. 32. Warum kann man eigentlich auf nem Powertool keine Feldhacke installieren? Warum geht das nicht? David, das ist die ultimative Frage. Warte. Warum, David? Warum kann man auf nem Powertool keine Feldhacke installieren? Keine Ahnung. Gehöbel. Also, keine Ahnung. Geh mal gar nicht. Gehöbel. Leck. Oh. Warte, jetzt mittendrin Leck. Ich voll lang nicht mehr. Ja. Warum hast du mir nen Elefant vor meine Wohnung gebaut? Ich sag gerade, der sieht eh ne Elefant in sich. Das sieht voll nicht wirklich aus wie ein Elefant. Ich hab's einfach nur gesagt, was du früher gesagt hast. Warte, guck mal Julian. Warte, ich muss jetzt erstmal alles abbauen. Jetzt hab ich die Tür abgebaut. Fick nicht. Warte. Nicht. Ich muss grad abbauen. Das ist richtig. Das macht Flächenschaden, das Ding. Nein. Macht nicht. Alter, lass. Also Flächenschaden auf Mobs. Trotzdem nicht. Auf Spieler. Wie viel Schatz zieht dir das ab? Null. Ich hab Quattrobrissung an. Und Crossbow ist schon vorher so ganz tot. Auch Null. Null. Ich hab ein Skelett getroffen. Was? Mich hat ein Skelett getroffen. Ich hab was für dich. Warte. Ich hab nichts für dich, weil sonst würdest du mir mein Haus zu bauen. Ich hab dir dein Wohnzimmer gebaut. Soll ich's wieder abbauen? Ne, ist in Ordnung. Ich hab das Zeug nur nicht gegeben, weil es nicht mehr da war. Oh. Ich hab Ambrustbolzen. Ah, ich flieh in mein Feld. Guck mal. Au. Nicht abschießen. Ich flieh noch irgendwas kaputt. Siehst du? Denn dir ist jetzt da hinten ein Feld kaputt gegangen. Gut, jetzt ne hohe Treppe ist es. Ey, guck mal schon wieder. Das blicka nicht extra, wenn du mal guckst. Ja, genau. Du schießt mich ab. Deswegen flieg ich da drauf. Und jetzt will ich mir nicht mehr drauf. Du bist die schuld. Das machst du jetzt. Doch. Du machst das. Das ist unfair. David. So geladen. Du. 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 Hör dir. Du hast die ganz hier. Wie hieß die? Hast du die die gemacht? Sie ist irgendwo noch so in anderen, was? Hast du die 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 die? Ich hab die Blunderbatter hab ich gemacht? So die? Ich hab die bessere. Glaub ich. Ich wollt die nicht haben, weil die macht keinen Flächenschaden. Was bist du denn? Ich hör dich doch auf. Wo bist du? Ist der denn? da bist du ich doch nur wissen wo du bist alter ich will nur wissen was du für eine waffe hast land aber das habe ich dir gerade gesagt ich möchte wissen wie die aussieht so ähnlich wie deine waffe super das bringt mir nicht viel ähnlich wie deine waffe bist du schon david zu das nicht ich sag es dir bei mir im zimmer ich schiffte im zimmer bist du hier scheiße ja super darf ich etwas abbauen dann kann ich auch wieder gehen was ich will dich nicht scheiße das zieht mir übrigens auch keinen abholen ich weiß ich wollte es nur mal treffen es hat nämlich auch noch Stecke 5 drauf das zieht mir ein Herz ab was? das ist mein Schuss? ja ich versuche dich auf Abstand zu halten das zieht dir auch das Herz ab? ja alter ok ja ich höre drauf ja ich höre drauf ach man ich wollte gerade mit dem scheiß irgendwie abschießen das hier etwas richtig verschwenderisches machen was denn ja ich hab ich grad ich hab ich grad durch Holz tippet ja ne echt ja aber ich dachte es geht nur durch das nein es geht durch alle Cover es war kein Cover wolltest du das wissen? was? woher willst du denn das wissen? ja ich seh das mit ich hab ja connect deck chest drin wenn sich was verbindet ist kein Cover Cover verbinden sich nicht das war ne solide Wand aus einem Block guck mal hier ja ich hab hier mich grad da durch auch wenn ich richtig viel Schaden kriege ach man das ist nicht richtig gut möglich ich bin nicht da ach ach ja das kannten wir vorher schon ey aha warte auf ich hab jetzt oh Esa ich treff gar nicht Scheiße Nein Kriegst du Schaden? Ja Oh, kriegst du von allem Schaden, ich krieg von nicht Schaden Also, von denen krieg ich keinen Schaden Ich hab eben noch von eben Alter, wie viele Messer hab ich von dir? Ja, genau Alter, wie viele Messer hab ich? Das frage ich mich auch gerade Alter, wie viele Messer hast du? Das ist ja mehr, als wenn du den Tag fassen kannst, ist fast mehr Ich weiß hier gerade alle über Bord, ne? Ja, ich hab dich hochgeschlagen, dankeschön Guck mal, wie ich wegschweiße Deine heißgeliebten Messer Boah Boah Ich bin wirklich böse Komm schon, ja! Ah, nein, 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 komm schon, blick, weg dich! Wie du hier rumliegst? Nein, zwei extra, zwei extra! Ah! Ah! Je besser! Ich möchte nur alle über Bord werfen Oh, das war schon, blick! Pfff! Aber die Sporn, die Windjahr so sind Oh, du bist jetzt gerade ziemlich leise Was? Funktioniert der Hammer? Verstehe ich nicht! Wie funktioniert der Hammer? Was? Funktioniert der Hammer? Wie funktioniert der Hammer? Wie funktioniert der Hammer? Wie funktioniert der Hammer? Wie oder ob? Wie? Warte ganz kurz? Ich glaube der, gj Richtig, schnell! Orbaut Ja, requrakt Leg in es ist richtig schnell aber nicht so langsam es gibt doch den wo haben aber das ist nur glaub ich zum abbauen nein ich möchte nicht sterben ich fühle mich ich bin gerade meine Rüstung am aufladen und ich habe gerade keinen Rüstungsteil an ich würde sofort sterben bitte nicht angreifen das ist toll für dich ich habe in dein Zimmer gebrotet David ist der Dolchman die Verlust durch 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 der durch die Städte durch eine Kürze sollte zwei ab jetzt die Schaden aufhören als er es noch dauert soll er vor viel Schaden aufbitte ich hab wirklich richtig wenig leben bitte auf ein renn weg nein ich kann aber nicht schnell rennen warte mal ganz kurz nein bitte nur kurz lass mich noch kurz bitte lass mich bitte bitte warte 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 ich sterbe ja aber mich wollen sie töten nein ich hab's gleich geschaut ja auch vier herzen fiktig wird ja es so wie auf aufbaut wird wo auf dich abzuschließen ich habe aber er hat es gut hatte warte aber auf warum schaut sich dass sie mit das so z KT bei dieser Putt Maria und das ist kaputt doch die die Tisch die für sie wie komisch an die Führung steilet ist das war nicht übertrieben zwei tisch reparieren jetzt weiß ich wieder wieso so ist wie es ist ich hab bei lennart ja halt immer noch die waffe die waffe die dieses alarm ging es ist hier die kohle queri ich habe die kohle weil ich konnte mal klar das hier ist immer weg auch wenn er seit Prozent der Raumzeit kann man mehr drin ist also ich bin ganz unten ich weiß es läuft die nicht ich hatte sie ich glaube und es die vorgeht auch die minuten derzeit bei irgendetwas was kann man denn aus wie mit der kraften ich weiß wie kann man genau knochen mehr ich wusste doch ich wusste doch das ist das dem offensichtlich rauskommt zumindest so 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 dynamit und viel dynamit jetzt was macht man denn somit dynamit ich mach man denn somit dynamit what ui wie groß ist jetzt war zum testblende Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tudu! Tududu! Das macht einfach einen gewissen Abstand! Hust-hust in gewissen Abständen, Hust-hust Habe ich grad nicht per druck, hab ich mich wohl verschaut Ok, Höhe 9 Das ist der Pyramid Wie wenig ist eigentlich wegsprengen? Ah! Stimmt, der Druck ist super auf einer Ebene Gucken, ob ich's schaffe... Müsst ihr eigentlich... Nein! Ah... So fällt mir wieder ganz ruhig... Nein! Wee, 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 wee So... Nein So... 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 Wow! Nein! Das war so nicht geplant Oh! Das war auch nicht so geplant What the fuck? Kann ich auch machen, dass die da... Okay... So... Dann so... Dann so... Dann so... Fuck... Okay, komm ich da oben hoch... Nein... 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 Es geht's... Oh... Oh... Und hin... Oh... Nein... Oh... denn hier aus wirklich frage ich aus so ist doch nein alter wo denn bin ich eigentlich okay jetzt muss ich ja ich hab's geschafft so schönes Sprengspur so weiter die Sprengspur ausfüllen so schönes Sprengspur da schätzt die Wüste Zeit auch ab wurde war zu tun okay die aber du flettet sein freund die damit kennen es kommt gestorben zähl ich folge wenn die Explosion so ein bisschen mehr Protektivärflich so und die Städte wenn sich fähig gewesen wenn ich gestorben Ah, so kommen wir hier dann auch richtig auf Distanz halten und so. Äh, ja. Eintreffer genügt, okay. Gut. Ich bin jetzt kurz nach Hause. Das wäre jetzt voll die sinnlose Folge, aber egal. Das ist hauptsächlich. Wenn ihr euch aber trotzdem gefeindet, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Wenn nicht ein negativ sagt warum, damit wir es auch verbessern können und nicht nur wissen, nur ja, toll. Ähm, und ihr dann auch besser Videos zu schauen habt, ähm, ja, ich würde sagen. Ey, kommen wir hoch. Ja, und lassen wir kaputt. Wir locken uns mal im Kinderzimmer aus. So, 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 und hier liegt auch schon so ein Beuch rum. Mal hier mit den Schulten-Legosteinen und so. Tschüss!